Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 86. Mein Name ist Carsten Meint, mir gegenüber wie immer über Squadcast zugeschaltet Markus Liermann. Wir können uns auch nur über Squadcast zuschalten, weil die Bahn würde ja nicht fahren und somit könnten wir uns nicht persönlich treffen. Als hätten wir nur eine Bahn zur Möglichkeit der Reise, ja. Das wäre gruselig. Auch Angestellte würden jetzt im Moment schwer zu ihrem Büro kommen, wie man jetzt bei SAP auch feststellt, dass SAP, der Innenbegriff der Digitalisierung, zumindest in Deutschland, zumindest so sehen sie sich selber, jetzt kehrt Marsch, Marsch, der CEO, die Mitarbeiter jetzt wieder zurückruft. So ungefähr thematisch überrissen mit, ein guter Mitarbeiter ist mindestens drei Tage die Woche jetzt im Unternehmen da. Ja, nur so ist eine qualitativ hochwertige und auch eine, ja, interaktive Arbeit möglich. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu so sagen soll. Hm, dass es, glaube ich, schwierig wird, da zukünftig langfristig Mitarbeiter zu finden, die man eh schon schwierig findet. Und gerade bei SAP, was ja nun also keine Flugzeuge baut oder irgendwie Haare schneidet, wo man ja irgendwie sagen könnte, das Homeoffice macht wirklich keinen Sinn, wird das einfach in so einer Technologie, in so einer Branche einfach auch schwierig. Aber, du, es wird immer noch genug geben, wahrscheinlich, die sich trotzdem freuen, dass sie bei SAP arbeiten dürfen, um dann irgendwie, und ich weiß nicht was, insofern. Und alleine in der Nähe auch wohnen, weil das ist ja nun wirklich ein unfassbar kleines Kuhdorf, wo die sind. Ich habe den Namen vergessen, aber das heißt natürlich, dass sämtliche Gewerbesteuern, die ja kommunale Steuern sind, in diesem Kuhdorf verbleiben. Ich habe da irgendwie mal einen Bericht darüber gelesen, es gibt dort keinerlei Parkgebühren, die erhoben werden im gesamten Ort, weil der Ort ist reich genug. Und normalerweise bundesweit ist es ja auch so, dass die Kindergartengebühren nur im letzten Jahr frei sind in diesem Ort, ist das mal eben für, egal wie lange und wie oft und wie viele Kinder du dort hast, das ist halt auch alles frei, die Gewerbesteuer von SAP sei Dank. Naja, man muss auch manchmal Glück haben. Übrigens, das Dörfchen heißt Walldorf. Walldorf. Walldorf, in Baden-Württemberg. Das klingt schon groß. Ja, hat was von Walldorf-Schule, aber so weit führt der Begriff oder der Ortsname denn doch nicht. Wir müssen ein paar Updates, glaube ich, machen. Ja. Was hast du da zu daten? Zum einen müsste eigentlich von dir ein Update kommen, nämlich du kamst ja letztes Mal mit der Thematik vom Beewashing mit Böhmermann und ähnlich. Ja, das stimmt überhaupt, jetzt wo du es sagst. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe da gar nichts mehr zu gelesen. Also ich wäre vorbereitet. Ach, du weißt es? Ja, dann bitte. Es gibt zwei Dinge, die dazu zu berichten sind. Zum einen gab es zwischendurch eine Gerichtsverhandlung zu diesem Thema, weil ja Böhmermann, der ja sehr stark im Austeilen ist, im Einstecken, nicht so, ja wie drücke ich mich vorsichtig aus, nicht ganz so resistent ist. Und es gab, wie gesagt, diese Gerichtsverhandlung, wo es darum geht, ob der Imker, ich hole die Hörer, die die letzte Sendung nicht gehört haben, vielleicht mal so ein bisschen rein, ging darum, dass dieses ganze Thema Imker und Bienenarmut eben halt auch so ein bisschen hochgekocht wird, dass das nicht in jedem Fall so ist. Und das eben halt auch so mit Patenschaften und mit allem, dass das alles so ein bisschen fragwürdig ist. Und da hat Böhmermann sich so ein bisschen drauf ausgelassen. Er hat ja ein Bild von einem Imker genommen in seiner Sendung, was dann auch so ein bisschen falschen Eindruck machte. Und statt, dass der Imker irgendwie das auf dem Rechtswege erzählt hat oder geklärt hat und ich sagte, hätte er das einfach ganz normal über einstweilige Verfügung oder Verklagen oder sonst irgendwie gemacht, weil Humor und deutscher Staat ist irgendwie nicht so. Also, wo du auch gleich sagtest, ja, sicherlich, er hat ja dann dieses Plakat mit diesem, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, mit Beewashing Honey, genau, mit dem Beewashing Honey und mit dem Bild von Böhmermann. Ja. Da tatsächlich das so eindeutig zu argumentieren und die Richterin irgendwie auch so ein bisschen, naja, wenn man auf der einen Seite so austeilt, ist das andere auch als nicht so schlimm anzusehen. Also, die Gerichtsverhandlung würde theoretisch noch laufen. Da weiß ich jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber zumindest, dass die Richterin ist ganz klar Satire-Fan, aber nicht nur auf einer Seite, sondern auf beiden Seiten. Wer das nachlesen möchte in dem Online-Magazin LTO, ist ein relativ langer Bericht darüber drin, sehr lustig auch geschrieben, also sehr, sehr fundiert und ich kannte dieses Magazin gar nicht, weiß, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie ein politisch fragwürdiges, aber habe ich zumindest da gefunden. Ja, man weiß ja heutzutage nie, was man da so... Man weiß nie, wen man da, genau, ja. Plötzlich nennt man irgendwas und plötzlich ist man irgendwie, heu, gut, schon wieder ganz weit in der linken, rechten oder mittleren oder unteren Ecke, ich weiß es nicht. Aber zumindest der Artikel ist gut, dass sowohl das Böhmermann-Konzept schwer angreifbar ist, aber eben halt, dass auch jetzt das Plakat als nicht so schlimm angesehen wird oder diese Werbung als nicht so schlimm angesehen wird, wie der Richter von Böhmermann das machen wollte, Step 1 somit wieder erledigt, dann Step 2, dass danach natürlich das Medieninteresse zu dem Imker besonders hoch ist, der sich aber jetzt, das ist jetzt ungefähr, ich überlege jetzt gerade, wann haben wir darüber gesprochen, so zwei, zwei, drei Wochen her, ne? Ja, drei Wochen ungefähr, genau. Und der Bericht von der Gerichtsverhandlung ist jetzt anderthalb Wochen her, der Imker hat sich komplett zurückgezogen, hat mit keinen Medien gesprochen, mit nichts weiter, was die Medien natürlich doof finden, weil das kann man natürlich geil hochkochen. Ja. Hat aber jetzt eigenständig den Honig vom Markt genommen und somit auch die Werbung. Von daher ist natürlich die Rechtsgrundlage nicht mehr so schlimm. Ich gehe mal davon aus, dass es dann entweder unter Auflagen oder auch vielleicht ohne Auflagen dann einfach eingestellt wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da nachträglich bei der Richterin, die jetzt wirklich auch einen gewissen gerechten Humor bewiesen hat, dass das jetzt irgendwie noch von Seiten Böhmermann irgendwie hochgekocht wird. Und wenn er klug ist und der Anwalt von Böhmermann klug ist, dann werden die es auch auf sich beruhen lassen, weil das wäre sonst für einen in der Öffentlichkeit stehenden Satiriker vermutlich, also als Imageberater würde ich sagen, forget it. Ja, übrigens das Urteil wird am 8. Februar erst gesprochen. Deswegen hatte ich das auch wahrscheinlich nicht mehr auf der Rille, dass da noch, das war noch gar nicht, das kommt erst noch. Bei Böhmermann weiß man halt nie, also je nachdem wie wichtig ihm das ist, also Recht zu bekommen meine ich jetzt. Und da bin ich mir bei Böhmermann halt nicht ganz so sicher, ob das nicht Vorrang für ihn hat oder hätte. Dann noch ein zweites Update von einer Sendung, die vorletztes oder vorvorletztes Mal war, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass Balsen einen zwar sehr schicken Relaunch gemacht hat mit all ihren Paketen, aber dass sie doch durchaus Probleme haben, dass es jetzt zu edel angesehen wird. Und das dann, gut, natürlich auch immer als Marke ist immer so die Frage, Leute sparen ja auch eher und das ist die Frage, ob sie dann bei Süßigkeiten auch sparen. Ich habe keine Ahnung, ob denn irgendwie weniger Balsenkekse gekauft werden oder nicht, aber zumindest haben Marktforscher festgestellt, dass das neue Produktdesign als zu edel und somit als zu teuer angesehen wird. Und dass die einmal diese millionenteure Relaunch-Kampagne rückgängig machen müssen und wieder neu designen müssen, weil es eben halt keine Erfolge bringt. Das war nur am Rande, also mein Update hat jetzt nichts direkt mit der Logo-Kampagne zu tun, sondern mit der Erbin Verena Balsen, die ein Viertel des Keks-Unternehmens hält. Das klingt geil, ne? Ein Viertel des Keks-Unternehmens. Viertel des Keks. Die wird gerade bei Twitter, ja ich nenne Twitter, also ich nenne X nach wie vor Twitter, dass die da gerade irgendwie wie ein Hund durch die Straßen gejagt wird, weil sie in einer Diskussionsrunde von OMR Hamburg, also diese große Podcast-Vertriebs- oder Vermarktungsgesellschaft bei einer Podiumsdiskussion war und die etwas, ja ich sag mal provokant auch sich unterhalten hat mit Künast. Künast, äh, mit Künast? Nein, 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 Entschuldigung, wie heißt der, ähm, SPD, der Junge, der Fraktionsvorsitzende? Ah, Klingenbeil. Nein, 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 der Jung, Klingenbeil, Jung. Der ist doch jung, der ist doch nicht alt. Gut, aus deiner Sicht ist er wahrscheinlich, aus deiner Sicht muss er jung sein. Moment, das gucke ich jetzt nach. Ach, verdammte Kiste. Kevin Künast, so. Hast du nicht eben auch gesagt, was hast du gesagt? Nein, ich hab, äh, Künast, ich hab Künast nie. Künast ist die, Künast ist die, Künast ist die andere gute Dame, äh, von den Grünen. So, ähm, komm, bevor es noch peinlicher wird. Also, Kevin Künast, der Kevin, der wieder mal in seiner etwas noch sehr sozialen, sozialistischen... Wenn gerade vorsicht, kein, äh, SPD-Mann bin. Ja, ähm, Juso-Vorsitzender, ist der noch Juso-Vorsitzender? Ich weiß das nicht. Wer denn jetzt, der Künast? Künast, Kevin Künast, so. Der ist ja noch nicht so alt, dass der schon, äh, also... Du bist ja auch noch bei der Jungen Union. Noch. Noch, genau. Er hat ja dann häufiger dort auch wieder die Kritik am Kapitalismus wiederholt und, äh, sie hat dann etwas provokant auch gesagt, äh, ich bin Kapitalistin, äh, mir gehört ein Viertel von Balsen und da freue ich mich auch drüber, es soll, äh, mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ja, auch nicht. Find ich gut. Ich auch. Also, ich hab da, wie gesagt, ich hab gar kein Problem damit, also, sorry, wenn man auf der, wenn man auf der einen Seite, äh, polarisiert, kann man natürlich auf der anderen Seite polarisieren. Natürlich. Die wird wie ein Hund durch Twitter gejagt und ähnlich. Aber warum? Ähm, und, ja, weil natürlich, Ja, weil natürlich, Ja, weil natürlich, Ja, weil natürlich Balsen auch, äh, schuld ist, dass es im, äh, Dritten Reich dort Zwangsarbeiter gab und... Alter, ja, weißt du, da ist, also, ich, ich hab die Unterhaltung schon mal vor kurzem geführt mit, äh, meiner geliebten Patentante. Da ging es um, äh, Winterschaldea. Ja. Winterschaldea hat in der Hafencity jetzt noch, die sind jetzt ja verkauft worden an irgendeinem britischen, äh, Ölkonzern, äh, haben die eine neue, eine neue Firmenzentrale aufgemacht. Und aufgrund dessen ist das jüdische, die jüdische Gedenkstätte, die da jetzt errichtet werden soll, also ein jüdisches Zentrum, was da irgendwie so als Gedenkmahnmal neben dem jüdischen Bahnhof, ähm, äh, in der Hafencity angesiedelt werden sollte, dagegen vorgegangen, weil die ja auch mit dem Dritten Reich zusammen, oder im Dritten Reich, äh, zu der Zeit ja gutes Geld gemacht haben und da ja auch, äh, Spitzenfunktionäre teilweise hatten, die da ja mit der Politik zusammengespielt haben. Mhm. Und mal meine Frage, allen Ernstes, wer war nicht dabei? Wer hat, also, also, sorry, wenn du nicht, wenn du nicht mitgemacht hast, war dein Unternehmen weg. Du hattest gar keine andere Wahl. Ja. In gewissen Größenordnungen zu sagen, naja, ich mach da halt mit, ob ich das jetzt gut oder nicht gut finde, ich glaube, da wurde keiner nach gefragt und insofern. Und das Einzige, was ich wichtig finde, ist, wie bist du danach damit umgegangen? Hast du es negiert oder hast du es aufgearbeitet? Ja. Die Firma Balsen, man kann immer darüber streiten, wie gut haben sie es aufgearbeitet, aber das, was ich gelesen habe, hat die Firma Balsen einen, äh, einen sehr, sehr großen Teil an Arbeit darauf verwendet, mit dieser Vergangenheit auch irgendwie umzugehen, hat, äh, angefangen von, äh, von, von, äh, Zahlungen, die es darum gab, dass es geschichtlich aufbereitet, die Mitschuld auch, auch irgendwie kommuniziert. Ja, schlimmes Kapitel, aber ich bin auch dabei, als Unternehmen ist dann die Frage, was ist dann irgendwann, wenn du das auch aufgearbeitet hast, heißt es dann, dass du als Unternehmen nicht mehr arbeiten darfst und dich nicht mehr äußern darfst? Das finde ich da auch sehr schwierig. Dünnes Eis, weil dort gibt es natürlich immer die Moralapostel, die in der Form immer sagen, ja, dann hat alles irgendwie keine Daseinsberechtigung mehr, aber dass der Erben, die irgendwie, ich glaube, die ist 25 Jahre alt. Ja, die ist voll jung. Ähm, so, und da irgendwie, äh, äh, das dann irgendwie vorzuwerfen, finde ich schwierig, insbesondere, und, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, dass die ganze Bubble natürlich sich darauf stürzt und eine wirklich wieder einfache Wahrheit, und du weißt, ich liebe es, dass es eine, äh, dass die Leute sich immer auf einfache Wahrheiten stürzen und so einfach ist es nämlich nicht. Wenn, wenn ich mir nämlich genau angucke, was diese, äh, Frau macht, ähm, die nebenbei schon ein, ein Start-up gegründet hat, äh, die Verena Bahlsen, die sich um die Zukunft von der Herstellung von Lebensmitteln, äh, beschäftigt, auch nachhaltiger Lebensmittel, äh, weil, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, Jahrhunderten Bahlsen inzwischen Kekse herstellt, und, ähm, dass, dass die einfach anfängt, in Sachen zu investieren, die eben halt auch so, so ein bisschen Richtung Zukunft gehen. Das sind auch so, wo man sagt, ja, da macht sich jemand Gedanken, und wenn jemand polarisiert auf der einen Seite und sich sofort eine stumpfe, große Masse drauf stürzt, und, ha, wir haben etwas gefunden, und sich einfach nicht, nicht näher mit einer Vita oder sonst irgendwie auseinandersetzt, finde ich immer schon sehr, sehr anstrengend. Von daher, äh, aus Marketing-Gesichtspunkten würde ich mal sagen, okay, bestmögliche Aufmerksamkeit erregt. Ja, also, das ist mal ganz abgesehen, ne, also, aber, äh, über die Geistes regt sich keiner auf. Und die zeigen ihren Prunk nun jede, jede Woche im Fernsehen, ja, also, ich finde, ähm, sie tut ja auch noch was für ihr Geld. Und, also. Und, und, und wo der Prunk hinführen kann, äh, was die nächste Generation angeht. Das sieht aber leidisch am Namen, aber das nur so am Rande Man muss wirklich dazu sagen ich weiß, dass sie ja irgendwann auch ihre Geschäftsführer hatte sie die Geschäftsführerposition nicht irgendwann auch mal abgegeben bei Balsen Das weiß ich nicht Das Gesicht kenne ich, ich bin auch mit der bei LinkedIn seit ewig Zeiten verbunden auch irgendwie aus der Zeit sie hatte irgendeine Position die sie abgegeben hat, weil ihr der Druck zu groß war und weil ihr das zu viel war was sie leisten sollte und wollte oder musste, aber ich kriege das nicht mehr ganz zusammen Auf jeden Fall ist mir die in Verbindung mit Balsen und als Nachfolgerin ein Begriff und ich glaube auch dass die genug leistet und auch genug leisten muss damit ja auch dann einfach dieses Unternehmen woran ja auch Arbeitsplätze einfach auch hängen auch weiterhin existiert Also ich glaube die Verantwortung, die du ja automatisch übernimmst mit so einer Position, mit so einer Erbschaft in Anführungsstrichen die darf man da auch nicht vergessen und dann finde ich, da soll sich doch eine Yacht und ein Segelboot und keine Ahnung, was ich so hat soll ich es auch meinetwegen gönnen und wenn sie nochmal Zeit dafür findet was unternehmen Meine Quintessenz sollte auch einfach dahin sein, dass sich mal wieder aufgrund von sagen wir zumindest diskussionswürdigen Formulierungen sich eine stumpfe Masse in all ihrer Dummheit draufstürzt und du manchmal in einen Shitstorm gerätst, der wirklich überhaupt nicht gerechtfertigt ist aber naja das Thema hatten wir relativ häufig aber apropos Balsen und Reich und sonst irgendwie zufälligerweise heute in den Medien das ist von der Universität Glasgow also willkommen in Schottland eine neue Studie die aussagt zeig mir dein Gesicht und ich sag dir ob du reich bist Aha Passt zu Geissens und zu Balsen und Ist das abhängig vom Anteil des Botox im Gesicht oder woran wird das gemessen? Ja weiß ich nicht, also grundsätzlich Gesichter die als reich gelten lächelnde Münder, klare Gesichtszüge, hochgezogene Brauen eng beieinander liegende Augen, rosige Wangen dagegen Gesichter die als arm gelten gesenkte Augenbrauen, kürzeres Kinn also insgesamt runderes Gesicht nach unten gerichtete Mundwinkel kühlere Hauttöne So jetzt müssen wir fangen doch mal bei uns an Ich glaube wir müssen als Folgentitel oder als Folgenfoto ein Gesicht von uns beiden mal machen und mal gucken wer von uns als reich und wer von uns als arm gilt Ach Gott, ach Gott, ach Gott Also die rosigen Wangen weiß ich nicht, also ich hab ne rosige Nase viele sagen immer, dass ich ne Säufernase habe Bei dem, der gar kein Alkohol trinkt Ja, aber du man weiß ja also eng eng liegende Augen bei mir so mittel bei dir auch eher eng Ja, aber du hast eher ein rundes Gesicht Also eigentlich bist du ein armer Schlucker Ich hab extra abgenommen die letzten Jahre Ich hab ein rundes Gesicht, ja Runde als Mais, ich hab ja einen Eierkopf Runde als deins, ja das stimmt Deswegen tackern sich wahrscheinlich auch viele Frauen erstmal irgendwie die Augenbrauen die echten Augenbrauen komplett weg und irgendwo hauen sie mitten auf die Stirn drauf Die Frage ist ja dann immer wo fängt reich an und wo hört reich auf oder arm Du, reich ist der, der nicht mehr über Geld reden muss Ja Wann reden wir Ja Siehst du Dann haben wir es doch geschafft, oder? Du hast eine Unterhaltung Ey, wir sind ein Wirtschaftsstammtisch Wir können hier Ja Wir werden auch immer einer bleiben unter diesen Voraussetzungen Ich fand das so schön stumpf diese Studie von der Universität Glasgow wo ich so dachte Das sind ja auch irgendwie Studiengelder und das sind dann auch vielleicht Natürlich Steuergelder Irgendjemand macht eine Doktorarbeit Ja natürlich, in letzter Konsequenz Irgendjemand macht eine Doktorarbeit oder eine Ausarbeitung Das heißt, da werden Menschen bezahlt Professoren bezahlt, die es begleiten Irgendwelche Assistenten, Studenten die das die diese Themen durchackern dürfen Zeig mir dein Bild und ich sag dir, ob du reich oder arm aussiehst Aber Robert Geistes auch hat auch ein rundes Gesicht Ja Also damit würde ich sagen es sei denn, es ist tatsächlich alles nur Fake aber wollen wir mal nicht ausgehen Und seine Frau ja noch runder Ja, die ist aber auch rund geworden nachdem sie versucht hat sich jünger zu machen Also zum Thema reich aussehen um mal vielleicht so auch vielleicht hoffentlich etwas Unterhaltsames aber trotzdem vielleicht so mit einem leicht ernsten Hintergrund Es gibt ja oft so diese Ja, ich nenne es nicht Sport aber zumindest so dieses kleine Hobby von Verkäufern die dann aufgrund dessen wenn das ein Kunde reinkommt die irgendwie schon so eine Art Wette laufen haben für wie viel der gut ist oder ob der überhaupt kaufen will oder ach so wie der aussieht der will sowieso nur gucken oder ach der kann es ja sowieso nicht leisten Hier Pretty Woman Maßgabe sieht aus wie eine Nutte kann sich nichts leisten raus So diese Maßgabe die ich eine der schönsten Szenen von dem ganzen Film und auch so etwas ähnliches habe ich in diversen Unternehmen erlebt auch in Unternehmen die ich berate und selbst in dem Unternehmen meiner Eltern dem Möbelgeschäft von dem ich herkomme waren durchaus Verkäufer wo dann Leute reinkamen und sagten oh der will sowieso nichts Ich finde es mal sehr heikel und sehr schwierig weil passt vielleicht ein bisschen ernster zu diesem sehr sehr witzigen Studien der Universität Glasgow nicht jeder der arm aussieht ist arm und nicht jeder der reich aussieht ist reich Bestes Beispiel ein Banker muss immer wie ein Banker aussehen den erkennt man an einer Krawatte auf der anderen Seite wir wohnen hier direkt vis-a-vis am alten Land und alte Land ist wie wir alle wissen komplett landwirtschaftlich geprägt und auf der anderen Seite ich glaube das ist auch deutschlandweit jetzt kein Geheimnis dass die Altländer Obstbauern wenn sie alles richtig machen und die meisten machen hier alles richtig ich nenne es mal finanziell Sattelfestes um es mal ganz ganz vorsichtig auszudrücken es hat auch einen Grund dass im alten Land die größte Räderei-Dichte ist also wenn man zu viel Geld hat und nicht mehr weiß wohin damit dann investiert man auch noch in Containerschiffe und ähnlich also willkommen im alten Land und die kommen halt auch manchmal genauso wie sie dann halt auch in ihrer Arbeitskluft sind und wenn dann jemand in irgendeiner Korthose und Gummistiefeln in den Laden reinkommt dann sieht der vielleicht erstmal nicht danach aus dass er eine Küche für 50.000 Euro mal eben im Voraus bar bezahlt macht er aber hat er gar kein Problem mit auf der anderen Seite wie viele Leute haben irgendwelche teuren Uhren wo man nicht weiß ob sie gefakt oder geklaut oder sonst irgendwie sind ich habe gerade eine Studie darüber gelesen wie viel neue Porsche überhaupt gekauft und wie viel davon geleased sind ich weiß es nicht mehr genau ich jetzt wieder gefährliches Halbwissen aber ich meine irgendwas um 90% aller Porsche Fahrzeuge sind geleased nicht gekauft das hat natürlich was auch mit der mit Firmenkonstellation zu tun natürlich macht es manchmal auch Sinn Leasing Verträge zu haben ist mir auch ganz klar aber ich glaube dass das Thema des Scheines den man manchmal ja aufrechterhalten möchte ja viel höher ist ja jetzt gibt es auch wieder diese Coaches die sagen kleide dich besser und zeige dich besser als ist der Job ja alle tausend Sachen schon erlebt ich persönlich sage ja immer ich der Wert eines Menschen ist nicht wie er aussieht sondern wie er sich verhält und ich persönlich ich persönlich glaube immer dass die Menschen die Karriere machen nicht unbedingt besser gekleidet sind sondern sich besser verhalten ich glaube dass Erziehung ja Formen Anstand Formulierungen dass das einfach die Leute die auch noch ein bisschen alte Etikette können sich schneller in der Karriereleiter fortbewegen als die die es nicht können auch da sind wir natürlich wieder sozialer Unterschied die dies leider nicht gelernt haben müssen später irgendwie mühsam nachlernen ich glaube dass das Thema Etikette und Benehmen in den klassischen Unternehmen immer noch dazu führt dass jemand schneller positiv auffällt auch in den nicht klassischen also grundsätzlich also auch gesellschaftlich ist das glaube ich also immer der größere Faktor also wenn jemand in zerrissenen Jeans kommen würde ja dann kommt er in zerrissenen Jeans wenn er irgendwie schmatzen am Tisch sitzt dann dürfte er gehen ja also schlussendlich ist es dann unternehmerisch ja nichts anderes wenn du dich gut benehmen kannst und auch gut mit anderen Menschen umgehen kannst und dich gut in Anführungsstrichen auch einfügen kannst dann hast du es glaube ich deutlich einfacher und das hat aber nichts mit deiner Kleidung zu tun oder mit dem Porsche oder nicht Porsche den du vor der Tür stehen hast meiner Meinung nach und das ist ja hier in der Huff City ja nichts anderes ich denke das Gespräch ist jetzt gutes Jahr her da hatte ich eine Bankberaterin die jetzt nicht mehr da ist aber auch die gleiche Unterhaltung lustigerweise mit ihrem Nachfolger wo es um die Finanzierung in der HafenCity ging und wo sie sagte also wenn du glaubst dass die ganzen Wohnungen die hier so gekauft sind die auch teilweise in guter Lage für mehrere Millionen weggegangen sind wenn du meinst dass die Leute das wirklich sich leisten können sobald die Zinsen steigen wird hier ein Leerstand entstehen den haben wir hier noch nie erlebt dann sind die Zinsen noch nicht ganz so schlimm gestiegen und die Finanzierungen die laufen noch aktuell aber die laufen jetzt ich hab das mal so ausgerechnet jetzt in den nächsten 5 Jahren werden hier einige Finanzierungen auslaufen die da mal stattgefunden haben für gewisse Wohnungen rein rechnerisch alleine wir wissen hier wann der Hauptteil gebaut wurde genau und da sind die meisten ja auf 10 Jahre finanziert worden ja genau wenn jemand dann vielleicht ein bisschen länger vielleicht 15 Jahre aber viel viel länger auf gar keinen Fall weil sich das nicht gelohnt hat zinstechnisch also das heißt in den nächsten 5 Jahren werden wir hier sehen wie viele Leute sich das tatsächlich dann auch mit höheren Zinsen leisten können weil der Kaufpreis der fällt ja dann nicht vom der fällt ja dann nicht runter also das ist ja dann nicht so dass du dann plötzlich weniger also du finanzierst bei weniger in der Summe dann danach aber deine Kaufsumme aus dem Jahre 2000 was ist denn das gewesen 13 oder dann vielleicht in den 5 Jahren da drauf die hat sich ja dadurch nicht verändert und von daher bin ich mal sehr gespannt wie viele Wohnungen hier tatsächlich einen Leerstand bekommen und ob sie dann für günstigeres Geld wieder verkauft werden oder ob es genug Leute gibt die dann immer noch genug Geld haben sich so etwas zu kaufen und in der aktuellen Lage weiß ich auch nicht wer sich noch sowas kauft bleibt der Leitzins auf 4,5? ja momentan glaube ich erstmal noch trotz trotz der ja wieder sehr sehr normalen Inflation ja das ist so die ich finde ich finde mal so der Leitzins ist nach wie vor bei 4,5 die Inflation ist unter 3,5 die ist irgendwie bei 3,2 irgendwas wir schwangen immer so jetzt von Monat zu Monat ein bisschen aber im Grunde genommen 1% vor optimal 2 soll es ja sein ja also wenn der Leitzins ich finde es gerade sehr erstaunlich wie mit welcher Verzögerung erst erst hat Frau Lagar lange gebraucht ja das in die Höhe zu treiben hat aber funktioniert spät aber es hat funktioniert und jetzt dauert es halt ewig bis es wieder runter geht gut alle zwei Wochen Donnerstags hat sie ja die Möglichkeit sogar wenn Lodermann ist sogar dazwischen aber aber die Frage ist ja auch damit es ja noch nicht absehbar ist dass sich der Rest auch langfristig beruhigt ähm bittet sich da einfach auf Zeit du meinst noch wegen der politischen grundpolitischen Lage ja ja die grundpolitischen Lage allgemein also auch innerhalb der EU ja also wir haben jetzt Europawahl im Juni Juli ist das irgendwie na oder im Juni glaube ich ja es ist ja die klassische Frage für jeden Unternehmer und für jeden Häuslebauer jetzt oder warte ich weil ein Prozentpunkt Leitzins weniger kann für die nächsten Finanzierung für den nächsten Finanzierungsturnus einen unfassbaren Kostenfaktor zusätzlich bedeuten ich denke auch also ich glaube ich würde auch einfach abwarten also ich glaube höher wird es nicht gehen momentan das ist klar aber ich meine jetzt eher so wann wann runter wann runter ist die nächste Frage ja das ist die andere Frage wie gesagt wie ist das Geld da wie sind die Leute dann trotzdem selbst wenn die Zinsen jetzt wieder sinken würden sind die Privatkäufer quasi bereit sich für die Immobilienpreise sind ja nicht runtergegangen in Hamburg also sie sind ein bisschen runtergegangen ja aber nur in den Randgebieten größtenteils im Stadtkern in der Hafencity und so ist es halt genauso teuer wie vor der Inflation Gewerbeimmobilien stagnieren Privatwohnungen tendenziell immer noch hoch auch gleich hoch so wie du sagst genau was einen deutlichen Einbruch erlebt hat sind Ferienimmobilien also da ist der große der große Boom weg ach ja also da ist auch nicht mehr also bei den Ferienimmobilien war es teilweise so sobald was auf dem Markt war war es auch sofort weg teilweise sogar unter der Hand ich erlebe es auch in dem Gebiet wo wir selber unser Ferienhaus haben da sind teilweise auch Objekte Wochen teilweise Monate lang drin das hat es vor anderthalb Jahren nicht gegeben das war einfach du hast es eingestellt und ins Netz also wenn du es dann öffentlich gemacht hast und innerhalb von einem Tag hast du schon theoretisch acht Angebote gehabt und also ich habe einen Fall erlebt auch von Bekannten von uns die haben teilweise auch solche Telefonate gehabt ich nehme es ich muss es mir vorher gar nicht angucken ich komme gleich mit dem Geld vorbei was merkwürdig ist da wir ja wissen Grundbuch und Auflassungsvermerkung und so weiter aber nee irgendwie schon so mal das erste Geld zum fixieren so damit das auf alle Fälle irgendwie Vorvertrag und so weiter und so also so ganz heftig das war vor zwei zweieinhalb Jahren noch der Fall es war Corona gerade vorbei Leute wussten nicht so richtig wie geht das weiter innerhalb des eigenen Landes war das Reisen natürlich deutlich einfacher oder war das Leben deutlich einfacher auch Urlaub machen zu können gut Corona ist jetzt wie wir alle wissen spätestens seit den Demonstrationen mit mehreren tausend Menschen definitiv erledigt ja wir haben kein Corona mehr und wir kriegen es auch nicht mehr auch ich war letzten Samstag auf der Demo ja ich will ja nur sagen also dadurch ist natürlich auch das Interesse für die innerdeutschen Immobilien wieder ich sag mal gesunken und man orientiert sich vielleicht doch jetzt eher wieder so Richtung Süden ja solange der Flug nach Mallorca immer noch günstiger ist als wenn ich in Zug steige und nach Bayern fahre und der Flug der geht auch das ist mit der Bahn so eine Frage also es wäre leichter wenn einer im Süden und einer im Norden wohnt wenn sich beide ein Flugticket nach Mallorca kaufen und sich dort zu treffen als wenn wenn ich mit der Bahn da hinfahre und wir uns und den Preis teilen wie oft habe ich diese Unterhaltung schon gehabt dass sich welche unterhalten haben und gesagt haben wir treffen uns auf Mallorca und man sich immer gefragt hat warum denn da ja nee genau weil es ist günstiger es geht schneller es ist unkompliziert und es ist einigermaßen warm das letzte wäre mir jetzt egal aber ja mir auch aber es gibt ja genug Leute die das anders sehen nee warm genau solange ich noch Gast durch die Heizung egal letztes Update von meiner Seite Becker Becker du hattest mich oh die Zinsen äh die Mehrwertsteuer meine ich ja die Mehrwertsteuer äh du hattest mich letztes Mal gefragt und ich fühlte mich etwas peinlich berührt äh aufgrund der Frage ob ich dann die äh Mitarbeiterin angesprochen hätte aufgrund dieses Schildes weil es mich ja wie man letztes Mal auch gehört hat durchaus etwas erregt hat also nicht sexueller Natur sondern eher etwas äh ärgerlich weil ich so sagte so wie kann das weil das widerspricht allem was was sie irgendwie und ich hab mir dann ein Herz gefasst und habe dann gesagt nachdem das Schild da immer noch stand und es stand wie gesagt bis äh lass mich kurz überlegen bis zum Wochenende genau so seit dieser Woche ist es nicht mehr da ähm und ich habe nämlich Ende letzter Woche nee Entschuldigung äh Mitte letzter Woche mal kurz mir ein Herz gefasst und hab gesagt hier ähm nur so am Rande dieses Schild ich hab da so paar Gedanken dazu darf ich dazu was sagen ja sagen sie und ha ha und dann hab ich so kurz nur also jetzt nicht alles das was wir im Podcast erzählt haben sondern einfach nur naja also zum einen der Kunde darf nicht rechnen und zum anderen rechnerisch ist sowieso falsch und irgendwie das Schild ist eigentlich da können sie doch nur Ärger kriegen also ich verstehe das auch nicht das macht doch Ärger das finden Kunden doch wahrscheinlich auch nicht witzig so 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 verständnisheischend dann guckte sie mich wirklich auch äh mit fast traurigen Hundeaugen an und sagte ja sie sind auch nicht der Erste der das sagt also ich werde ich ich werde von von diversen Kunden irgendwie angesprochen so wieso muss ich dann den Preis jetzt hier selber ausrechnen und wir haben hier schon ganz viel Ärger aber wir haben äh wir haben in zwei Tagen auch eine äh Dienstbesprechung und da bringe ich das auch nochmal an ich sage ja wie gesagt ich wollte es nur sagen äh so und äh siehe dann zwei Tage später ich war dann irgendwie ein paar Tage später ich bin manchmal morgens da um mir mein Brötchen rauszuholen fürs Büro dann war das Schild auch weg vermutlich werden die dann auch die es geht ja um die Preise die dann dort nicht direkt am Brötchen sind sondern um die Preise wenn ich dann das Brötchen äh dort im Laden verzehre und da werden sie dann eine neue Preisliste gemacht haben das habe ich jetzt noch nicht nachkontrolliert ich bin nicht Unternehmensberater von dem Bäcker aber die werden dann hoffentlich das endlich mal gemacht haben nach über einem halben Jahr hat sie nichts gesagt also ist sie nicht aufgefallen dass die 7% auf ihrem Zicklchen da falsch sind äh ich habe ihr das kurz versucht zu erzählen aber ich glaube mit dem vermehrten Grundwert zu argumentieren mathematisch hat sie dann doch etwas verstört ich sage jetzt nicht was ich denke äh ja okay aber ist ja schön dass das Schild weg ist dann hast du ja ganze Arbeit geleistet haben die nur eine Filiale die haben hier ich glaube allein hier in der Region 11 Filialen stand überall das Schild ja und da auch an jeder Kasse also ich war auch an zwei anderen also ich war nicht in allen 11 Filialen ich war nur in zwei anderen Filialen also insgesamt drei wer richtig mitgezählt hat und in allen dreien war dieses Schild an der Kasse aber somit machen wir den großen unternehmen wir was haken dahinter erledigt geschafft hast du was auf dem Zettel ähm ich auf dem Zettel ich habe ganz viel auf dem Zettel mein Zettel ist äh explodiert förmlich ja also ich habe so viele Themen die Frage ist immer du bist ja Ikea Gänger ne ja also du gehst ja gerne und fiel zu Ikea kennst du das äh Möbelstück Kullen K-U-L-L-E-N Kullen na nein vielleicht aber bei den Namen bin ich sowieso immer raus und kennst du aber dann kennst du mit Sicherheit die Kommode Malm ja natürlich das ist dieses tolle Ding mit den Schubläden ja ja also Klassiker genau Kullen ist quasi die kleine Schwester von Malm ja äh Ikea hat quasi äh vorhin hast gemacht Ikea hat ein ein neues Möbelstück äh also namens Kullen wohl produziert das kostet im Vergleich zu Malm nur 39,99 während Malm 59,90 kostet also gute wird das jetzt ein Werbeblock oder was worauf willst du jetzt hinaus nee nee gute 20 Euro Preisunterschied was Ikea damit bezweckt ist dass sie jetzt mit Kullen die Kullen quasi also die ist halt schmaler die ist flacher in der Tiefe ist die nicht so also die ist nicht so ganz so aber die ist genauso hoch aber flacher ja und Ikea hat jetzt diese beiden Möbelstücke nebeneinander gestellt damit die Leute sich eher für Malm entscheiden damit die Kunden denken ach Kullen das ist ja so klein und 39,99 ist mehr also dann kaufe ich das größere Produkt und damit der Absatz für Malm steigen soll mhm kennst du das aus seiner Möbelzeit natürlich ist also ein gängiges Modell quasi einfach so ein so ein kleines Möbelstück daneben zu stellen was identisch aussieht wie das große nur damit der Kunde das große kauft weil er denkt das kleine das reicht niemals ja genau das kann aber auch manchmal nach hinten losgehen ich wollte gerade sagen funktioniert das wirklich immer äh ja äh nicht immer also das ähm das ist ungefähr genauso wie ähm die Engländer damals äh alle deutsche Produkte nach dem Krieg ähm verpflichtet hat ähm made in Germany drauf zu drucken als Warnung das kommt äh kommt aus Deutschland und macht das nicht und äh das ist nach hinten losgegangen weil es wurde seitdem ein ähm Qualitätslabel und genauso ist das so dass man manchmal zwei Produkte die ziemlich baugleich sind nebeneinander setzt um dann festzustellen das ist das höhere das qualitativ hochwertigere ja genau aber die Leute sehen nur den Preis und sagen dann ah sieht ja so ähnlich aus äh Attacke Preislastungsverhältnis da kriege ich mehr für 20 Euro mehr kriege ich eine größere Kommode deswegen kaufe ich diese ähm meinem Kommode statt Kullen so ist manchmal das ist die verkopfte Idee aber dann denkt man nicht an die an das einfache Denken oh das anderes billiger sieht so ähnlich aus nehm ich nehm ich lieber das ja gut okay aber ja und was ist jetzt bei Ikea so dass sie das direkt nebeneinander gestellt haben ja da haben sie nebeneinander gestellt um Malm besser aussehen zu lassen ja und ähm den Kauf damit ja von Malm zu erhöhen weil der Kunde dann denkt das Preis-Leistungsverhältnis für 20 Euro mehr mehr Schrank kaufe ich und beim Möbeln weiß ich gar nicht bei Möbeln würde ich auch eher immer das größere meistens kaufen weil ich halt auch Angst dass ich bei dem kleineren zu wenig reinkriege das wäre so mein Gedanke ja wahrscheinlich das Opfer von dieser von dieser Marketingmasche von Ikea habe ich ja aber wobei also wenn wir schon das Thema Möbel haben oh du hast jetzt ein Fass aufgemacht oha äh ja es tut mir leid ne es tut mir nicht leid du bist aber schuld ich bin ja ein großer Fan von Ikea deswegen weil sie seit Jahrzehnten eine Sache richtig machen was alle anderen Möbelgeschäfte wie ich finde falsch machen mal gucken was du davon hältst und was unsere Hörer davon halten oder eigentlich habe ich noch ein Update aber ist egal komm ich gleich drauf vielleicht meint ihr das am Schluss Ikea hat seit ewigen Zeiten ein paar Sachen sehr geschickt gemacht zum einen das Gesamtsortiment von Ikea im Vergleich zur Möbelhausgröße ist kleiner als wir alle denken das sind im Verhältnis relativ also von der Summe her von der Anzahl her relativ wenig Sofas relativ wenig Schrank Serien relativ wenig und so weiter und so fort sie haben nur innerhalb dieses Sortimentes eine relativ hohe Kombinationsmöglichkeit und das was sie in den Ausstellungen richtig machen ist sie wissen dass der Durchschnittskunde extrem fantasielos ist sorry soll jetzt kein Bashing sein überhaupt nicht es ist einfach Erfahrung dass die meisten Leute kein räumliches Vorstellungsvermögen haben solche Sachen wie wie sieht das überhaupt bei mir aus also das heißt so ein fotografisches Vorstellungsvermögen das heißt sie machen nichts anderes als dass sie immer Kojen bauen und das machen sie seit zig Jahren so könnte dein Wohnzimmer aussehen mit 10 Quadratmetern so kann dein Wohnzimmer aussehen mit 16 Quadratmetern mit 200 und so weiter und so fort und das Mutigste was ein Kunde macht ist oh ich glaube ich nehme nicht den Couchtisch ich nehme den anderen Couchtisch und die sagen wunderbar ich habe quasi ich habe gerade meinen Raum komplett geplant nein haben die gar nicht die haben einfach nur eine geführte eine geführte Verkaufsveranstaltung innerhalb dieser dieser Kojen Optik gebaut über das Zubehör Schnödel Dödel Glas Keramik Porzellan etc nochmal ganz außen vor das das Wunderland für alle ja es hat schon Grund weswegen es da unten noch andere Einkaufswagen gibt wo man reinpasst aber die das heißt es ist unfassbar geführt es gibt wenig Sortiment das heißt du wirst nicht überfordert von dem was dort überhaupt angeboten wird und du kannst relativ viel ineinander kombinieren ohne dass es wirklich niemals passt die meisten Möbler haben also der normale Möbelhandel jetzt außerhalb von Ikea meint immer mehr bringt mehr das halte ich grundsätzlich schon mal für einen ja ich auch einen Fehler in sich und wir alle also wir Unternehmensberater Marketing Experten und so weiter wir alle wissen die berühmte 20-80-Regel du hast mit 20% deines Sortimentes 80% des Umsatzes warum muss denn der Rest des Sortimentes so aufgebläht werden das ist doch völliger Mumpitz du musst natürlich Randsortimente haben oder auch Ergänzungsortimente weil sonst verkaufst du die 20% nicht so gut aber gut ich bin jetzt nicht dafür da komplette Sortimentspolitik zu erklären aber grundsätzlich du kannst es vereinfachen du sollst es auch vereinfachen weil es auch das ist nachher ein Renditethema Nummer 1 Nummer 2 wenn du in typische Möbelhäuser reingehst erkläre mir bitte und ich schäme mich bis heute dass es auch das bei uns früher in diesen in diesen Möbelhallen gab ich schäme mich bis heute über dieses Thema Freiflächen typisches Beispiel eine Polstermöbelfreifläche das heißt zur optischen Auflockerung sind außenrum Kojen wo du dann irgendwie Schränke mit Garnituren und so weiter wo du so zeigen kannst so könntest du wohnen und in der Mitte gibt es eine gigantomanische Fläche von keine Ahnung 100, 150 Quadratmeter wo nur Garnituren sind wie viel Prozent der Menschen die in ein Möbelhaus reingehen gehen durch diese Fläche und sagen oh wunderbar also ich habe hier jetzt keine Ahnung gefühlte 70 Garnituren auf mal und ich kann mir aufgrund dieser Fläche wo ich einfach nur so drüber gucken kann ich sehe eine Anzahl von eine Masse von Garnituren die mich völlig überfordert die dann auch natürlich wie ein guter Möbelhandel das so macht du kannst es nicht nur in diesem Leder und in diesem Stoff haben sondern auch in 600 weiteren Stoffen und Ledern oder Alcantara oder Raschelvelour oder was weiß ich nicht alles noch noch kriegen mit Funktion ohne Funktion mit Magic Corner mit Pendolin mit keine Ahnung mit Füße rauf Füße runter alles schön und gut du kannst es gar nicht zeigen du überforderst und überfrachtest deine Ausstellung mit Nonsens und ich glaube dass der Möbelhandel unter anderem sich niemals hinterfragt hat auch bis heute nicht hinterfragt und ich glaube dass deswegen dieser mittelständische Möbelhandel so schlecht dasteht dass die nie hinterfragt haben was der heutige Zeitgeist ist nämlich schlanker polarisierender entweder besonders wertig oder besonders günstig mit überschaubaren Funktionen weil die Fantasie der Leute wird nicht gerade größer und wenn ich das mache dann gibt es aber auch andere Konzepte wo ich dann Einrichtungsberatung mit allem drum und dran aber das ist eine völlig andere Nummer du musst Quadratmeter Paläste von all diese Höfners dieser Erde die auch sich nur dadurch halten dass die eben halt noch mehr Kapital generieren worauf sie wieder Wachstum machen und Umsatzerweiterung durch Wachstum was eine heikle Nummer ist wir alle wissen ja Betriebswirtschaft mal studiert hat dass ein Umsatzwachstum verdammte Axt Umsatzwachstum durch 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 mehr Investitionen einfach eine tödliche Formel ist das funktioniert halt nicht ich bin gespannt wo das Ende der Fahnenstange ist weil die meisten Leute und auch die die ich so kenne die kaufen so nicht mehr nicht mehr in der Masse und das das rechtfertige auch nicht irgendwelche Möbelhäuser die im Durchschnitt also unter 37.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche macht ja heute keiner mehr auf warum die musst du beheizen die musst du mit Personal füllen die musst du mit bezahlter Ware füllen ja das heißt du hast dort einen Millionen Warenbestand ich weiß wovon ich rede also konzeptionell da ist eine Branche die sich seit 40 50 Jahren nicht mehr hinterfragt hat und nur noch darüber klagt dass irgendwie alles so doof geworden ist und alles sich nicht mehr rechnet ja denk mal drüber nach mein.de schaut mal ruft mich an ich bin teuer ne also wirklich es ist so es macht mich echt betroffen und deswegen ist Ikea so dieses andere Beispiel weil wenn man mal ganz auch wenn man sich den Katalog von Ikea anguckt die Anzahl der Produkte und selbst innerhalb des Kataloges wiederholen sich die Produkte noch ein paar mal wieder es ist faszinierend mit wie wenig Ware man eigentlich unfassbar gut dastehen kann in der Branche aber ich wollte sagen trotzdem findest du doch alles bei Ikea als Kunde also wenn du was hochwertiges suchst gehst also was richtig hochwertiges suchst gehst nicht zu Ikea nein wobei Ikea nicht billig ist gut bis auf Lacktische oder ähnlich aber grundsätzlich in einem typischen Domäne Möbelmarkt würdest du jetzt billigere Möbel finden als bei Ikea ja 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 das auf jeden Fall aber wenn ich jetzt überlege so nehmen wir mal den Packschrank jetzt von Ikea ja also nichts gegen Packs ich finde den super alles gut der steht der wackelt nicht aber wenn ich jetzt quasi in ein anderes Möbelhaus gehen würde wo es also da kann ich halt schon hochwertigere Kleiderschränke bekommen die aber auch mehr Geld kosten und die wahrscheinlich auch nicht jetzt unbedingt dem Großteil der Ikea Kunden bedienen würde oder wo der Großteil insofern denke ich wie gesagt bei Ikea ich vermisse bei Ikea nichts und wenn ich irgendwas brauche wo ich weiß naja dann ist halt nur für und jetzt nicht ganz so dramatisch nicht ganz so wichtig oder hat nicht so viel auszuhalten finde ich Ikea super und die allein die Kooperation typisches Beispiel hier diese Entertainment Geschichten Kooperation mit Sonos und also was also allen Ernstes dieses billige System Trottfree das Smart Home System funktioniert allein die Lichtfarbe von diesen Leuchtmitteln ist bei weitem besser als teilweise die teuren Systeme von Philips etc also wo ich so sage ole ole wo ist euer Problem wenig ganz wenig Sortiment fertig also gut wie gesagt ich kann mich hier in Rage reden alte Branche muss ich soll ich lieber das Thema wechseln ne alles gut ich glaube wir haben es auch umfassend die äh ähm was ich vorhin vergessen habe äh muss ich unbedingt noch loswerden ich hatte ja gesagt mit Updates sind wir fertig äh was ich vergessen habe zu dem Bäcker Thema noch zu sagen als ich mich darüber aufgeregt hatte dass dieses dass man nicht mal rechnen konnte äh oder dass da nicht mal stand irgendwie sondern einfach nur pauschal um 12% höher wo ich dann sagte naja bei dem vermehrten Grundwert das sind ja 107% plus 12 das ist ja irgendwie das ist ja mehr als 19% und so weiter und so fort ich hab's jetzt aber nicht ausgerechnet kleine Anekdote am Rande ich war beim Unternehmerfrühstück und da kommt ein Unternehmerkollege in dem Fall kein Unternehmer sondern Leiter einer Hochschule hier ähm äh kam dann auf mich zu äh schüttelte mir die Hand und anstatt mir guten Morgen zu sagen sagte er 19,84 da ich das nicht mehr auf dem Zettel hatte ich guckte den an wahrscheinlich wie ein Auto und ich wie hä naja dann grinste er er sagte 19,84% und ich so ah er sagte ich hab's gehört ich musste sofort ausrechnen weil wir uns auch mal drüber unterhalten haben dass ich inzwischen mehr und mehr absurde Situationen habe dass Leute unseren Podcast hören auch hier aus dem näheren Umfeld und dann dass dann irgendwelche Reaktionen kommen die dann irgendwas wissen woher wissen die das ach hab ich mich hier wieder verplaudert wollen wir unbedingt noch loswerden jetzt wolltest du den Podcast immer bevor du dann dahin gehst zukünftig hören damit du weißt worum es eigentlich ging ja 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 es ist vor allem wie gesagt es wird mehr also was auch einfach ja schön ist weil wir auch ja immer mehr gehört werden aber es ist so äh ja ich hab noch eine Story von Lidl ja ich geh ja nicht zu Lidl weil wir haben ja keinen und bin ja nicht so der Fan von Lidl aber Lidl hat wohl in der Vorweihnachtszeit ist jetzt schon ein bisschen her ähm hatten die ähm Coupons beim Einkauf glaube ich von 40 Euro ähm gab es 5 Euro irgendwie Abzug oder irgend sowas also ihr so ein also wenn du so einen Coupon dabei hattest oder dann für oder für den nächsten Kauf dann oder sowas oder für den nächsten Kauf macht Matriwe ja auch manchmal ne ne es gab tatsächlich 5 Euro Rabatt für die äh für den Einkauf wenn du für ah ok also direkt bei dem Einkauf wenn du für 40 Euro ähm etwas erworben hast ja und äh was Lidl dann richtig geil gemacht hat ist dass Lidl dafür geworben hat ich hab's gar nicht mitgekriegt dass auch die Coupons von Aldi in der App auch bei Lidl gültig sind witzig das heißt also wenn du bei ich weiß nicht was Aldi dann für für Coupons da hat ich hab da ehrlich gesagt auch keine äh keine App auf jeden Fall wenn du mit denen von Aldi Süd dann zu ähm Lidl gegangen bist dann hat Lidl auch den Coupon bei sich akzeptiert äh Aldi Süd oder insgesamt Aldi Süd hier also die ja weiß ich vielleicht auch wobei das vielleicht sogar äh beides ist äh da bin ich jetzt auch nicht drauf weil äh Aldi ja sämtliche Werbeaktivitäten inzwischen ja zusammengeführt hat zwischen Aldi Süd und Aldi Nord ja das stimmt also von daher vielleicht sogar beides mhm so wie Saturn und Mediamarkt haaa haaa also die die ja okay nee das fach mir heute nicht mehr auf ja aber die Zusammenführung finde ich noch die finde ich noch absurder als alles andere ja genau also noch schwieriger geht's gar nicht ja aber ähm wie gesagt die haben auf jeden Fall die Coupons von von Aldi äh akzeptiert und ähm fand ich auch mal eine richtig geile Marketingaktion einfach mal zu sagen bevor du zum anderen Laden gehst komm doch zu uns sehen mir das auch ja gerade beim Lebensmittel äh in der Lebensmittelbranche gibt es sehr interessante Geschichten damals eine Geschichte die ich noch aus meiner Studienzeit lass mich kurz überlegen Kurs vom Krieg ach ich wusste ich wusste in dem Moment was ähm also ähm ich überlege gerade wann ich studiert habe ich habe angefangen zu studieren 2000 und äh Quatsch äh was nein 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 nehmen alles zurück ich wollte mich gerade jünger machen äh um Jahrzehnte würde ich sagen 1993 habe ich angefangen zu studieren oh da war ich dann geboren so gerade ja genau ja genau 1993 äh habe ich angefangen zu studieren ich war ja in Hamburg heißt es Hamburger Modell das heißt im sogenannten tertiären Bereich das heißt ich habe einen Arbeitsvertrag gehabt und habe parallel studiert äh was ganz angenehm ist dass man den bei Gehalt äh bezieht äh was aber unangenehm ist dass man sich dann so innerhalb von zehn Wochen ein komplettes Semester reinkloppen muss inklusive aller Scheine äh ich habe in der Zeit nicht viel Urlaub gehabt aber egal äh das war die äh Akademie das war eine Akademie wo wo hauptsächlich Handel war äh aber jetzt alle Branchen hinweg und wir haben auch relativ viele Lebensmittler gehabt deswegen komme ich gerade drauf ah ja äh äh wer die Medien ein bisschen verfolgt weiß Friede ihrer Asche das meiste davon ist ja häppchenweise zerstückelt worden und aufgeteilt worden in die Filetstücke äh da wo wo Rewe noch was haben wollte oder da wo Edeka noch was haben wollte und ähnlich die haben das immer schön aufgekauft die Realmärkte waren so die ersten großen SB-Warenhäuser also das was hier oben in der Ecke Marktkauf und ähnlich äh in der Größe ist was ja zur Edeka-Gruppe gehört oder äh zur Schwarz-Gruppe also Lidl äh sind die Kauflandgeschehen also die die wirklich auch viel Non-Food haben und ähnlich das so und das die ersten die Vorläufer und und die das Mutterschiff aller SB-Warenhäuser war ja real die hat's irgendwie nicht wirklich gehalten und die Metro-Gruppe musste das dann not äh fast notverkaufen und einige Standorte machen auch zu unter anderem in Süddeutschland einiges und äh Cuxhaven ist jetzt glaube ich auch also zumindest äh ganz schlimm so aber wie gesagt wir hatten viele Leute von real dann auch da oder einige Leute von real die auch schon damals wie gesagt 93 fing das an sagten dass wenn es um Reklamationen ging die hatten so ein Beispiel gebracht da kommt jemand mit einem Joghurt der abgelaufen ist die sagen hier gucken sie mal der ist abgelaufen also kommt damit an den Informationstresen hier das geht nicht und das ist der ist ja eklig und sonst und da ist sogar noch das Rabattschild von keine Ahnung Rewe drauf ne schon billiger gekauft bei Rewe und dann irgendwie mit nach Hause genommen und dann wahrscheinlich da auch nicht gegessen und die kommen da wieder mit zu äh nicht zu Rewe sondern gehen damit zu real was definitiv eine andere Gruppe ist und selbst durch das Preisschild siehst du das haben die hier nicht gekauft also weder Bon die haben dort Order das nicht zu kommentieren sondern einfach nur zu sagen oh das tut uns leid selbstverständlich gehen sie los besorgen sie neu kommen sie her nehmen wir zurück die ignorieren diese Geschichte komplett unter der Maßgabe die Diskussion für so einen Artikel von was kostet so ein durchschnittlicher Erdbeerjoghurt keine Ahnung 80 Cent ja irgendwas in der Richtung die Diskussion macht gar keinen Sinn und selbst wenn es da so einige Quatschköpfe geben sollte die das sogar vielleicht ausnutzen als Geschäftsmodell oder sonst irgendwie das ist billiger als eine Diskussion vor versammelter Mannschaft anzufangen mit irgendwie und ja und sie müssen und was für ein Drecksladen und so weiter und so fort ganz klare Hausorder damals schon wie gesagt in den 90ern zu sagen es ist uns alles egal Hauptsache die Diskussion hört hier auf und das gute Gefühl kommt rein klar jetzt so ein Gutschein oder Coupon von einem anderen also wo man ja auch noch sichtlich sagt wir ärgern euch noch so ein bisschen natürlich nehmen wir auch den Rabatt Coupon von unserem Mitbewunderer finde ich natürlich auch einen sehr geilen Move ja hatte ich irgendwie die Story hatte ich schon länger auf dem Zettel aber irgendwie da waren immer andere Themen die letzten Wochen aber jetzt habe ich gedacht es ist noch vielleicht so ein bisschen was von der Weihnachtszeit übrig geblieben da kann man es noch bringen also jetzt ist ja Ende Dezember ich äh Quatsch Ende Januar ich wollte nämlich auch was anderes raus ich bin immer am überlegen wie lang man eigentlich ein frohes neues Jahr im Januar wünscht also irgendwer hat mal gedacht bis Ende Januar also bis zum bis Januar vorbei ist aber ich mache es jetzt nicht mehr weil es sich total falsch anfühlt ich habe das letztens irgendwann mal gemacht weil sich das einfach vorher nicht ergeben hat einen guten Start ins neue Jahr gewünscht aber äh das ist auch schon eine Woche her also ich bin so Anfang der zweistelligen im Januar so so ab 10. wird es bei mir dünn ja also weißt du wenn ich bis zum 10. denjenigen nicht geschrieben habe also außer jetzt abgesehen vom Arbeitsumfeld vielleicht dann äh ja ist auch nicht so wichtig gewesen ich würde sagen für heute ich habe eine Sache noch vielleicht am Schluss thematisch könnte das so ein bisschen sein unsere gute alte Kategorie Scheißidee hatten wir lange nicht mehr wobei ich nicht weiß inwieweit ich das so als Scheißidee auch äh definieren kann es ist eine Maske doch ich ich definiere es mal als Scheißidee ähm es ist ein ein äh Kickstarterprojekt das ist die äh Skytet Silent Mask das ist eine Maske die sieht aus wie ich weiß nicht wie ich das doch wir alle haben ja wahrscheinlich mal Star Wars gesehen und spätestens bei Luke ich bin dein Vater also so diese Maske ist das so in etwa das heißt ist wie wie die äh Corona FFP2 Maske Deluxe in Schick die die dann aber nicht hinter den Ohren endet sondern dann irgendwie noch so ein komplettes Konstrukt hinterm Nacken hat ähm also das ist irgendwie äh so ein großes Teil das kann man sich wenn man wenn man in der Öffentlichkeit ist ach das ist dieses komische wer hat das noch das hat doch irgendwer entwickelt jetzt diese ja genau das ist angeblich äh mit Airbus Flugtechnik gebaut das ist glaube ich auch von einem ehemaligen Manager oder Entwickler von Airbus das soll folgendes machen nämlich es soll seine eigene Sprache bis zur Unkenntlichkeit leise machen so dass man wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln ist Bahn Flugzeug oder sonst irgendwie und das auf hat soll man angeblich vernünftig atmen können und trotzdem irgendwie frei sprechen können und der Rest hört das nicht ich frage mich jetzt allen ernst ich habe auch gerade die gleiche Frage gestellt Olaf Scholz bei einer Geheimgespräche mit Vladimir Putin sprechen muss in der Bahn von München nach Hamburg und auf der Strecke stecken bleibt weil die Bahn gerade streikt dann könnte er sowas gebrauchen aber dann frage ich mich trotzdem wäre so ob er das wirklich also und unsere Fußballtrainer äh wenn sie äh gerade die neueste Strategie anstatt immer die Hand vor den Mund zu halten stimmt laufen alle mit den Masken durch die Gegend laufen sie alle mit den Masken durch die Gegend ich die wird nachher im Handel kosten 400 Dollar ja da kannst du doch die Brille von Apple dazukaufen ist quasi das gesamte Gesicht verdeckt ja obwohl nee Entschuldigung das sind die das sind die Early Bird das wird nachher teurer nee die kostet nachher bis zu 500 Dollar also dann wahrscheinlich hier das gleiche in Euro aber du könntest ja auch dieses dieses Modell hier kaufen ah wenn deine Kamera jetzt nicht gerade so in so ein ach schade aber auch ja warum ist das jetzt klein geworden warte mal ich mach es ein bisschen größer vielleicht vielleicht ist es denn besser für dich zu erkennen so ah schweigende Lämmer die Hannibal Lecter äh äh ich bin sofort oh das wäre in der Corona Zeit doch richtig cool gewesen mit der Hannibal Lecter das sagst du mir jetzt ja also da also es ist quasi schon also dieses Modell was die da quasi haben ist quasi die Nacht das Nachtgemachte von Hannibal Lecter kostet im Vergleich auch dazu nur 23,95 nehm ich aber aber nachdem wir jetzt ja auch alle irgendwie vermutlich dann von Apple diese virtuelle Brille für was war das 5000 Dollar ja aber die oder dreieinhalb oder ich weiß nicht wie teuer dreieinhalb ja dreieinhalb was auch immer ähm Apple wird noch irgendwas finden wie es teurer wird wenn die schon oben drauf ist und dann wenn man als nächstes dann dieses Vollkörperkondom sich vor dem Mund dann noch hält und von hinten fest schnallt ja ähm ist doch gut wo entwickeln wir uns da gerade hin äh dahin dass du als digitaler Nomade native äh durch die Weltreise und du kannst also du kannst quasi in Hamburg in den ICE steigen nach München runterfahren und zurück ne ne ich bin durch die virtuelle Welt schon da das heißt wenn solange das körperliche beam noch nicht ist kann ich mich zumindest schon mal virtuell dahin beamen habe ich jetzt noch nicht gerade gesehen es gibt jetzt die ersten Geräte mit denen man sich äh so eine Projektion so einen Kasten beamen kann und dann das habe ich jetzt gerade ja dann kannst du dann kannst du quasi zu Hause vor so einer vor zu Hause sein und kannst dich quasi in Lebensgröße dann in diesem in diesem Kasten irgendwo hinstellen lassen also quasi statt Videokonferenz wie wir es machen quasi in Lebensgröße könnte man dich dann sehen ich bin manchmal so so müde ja es gibt es habe ich noch nicht irgendwo noch nicht gerade gesehen verdammt ja doch habe ich gar nicht hätte ich mal auf dem Podcast hätte super zu dieser Story hier mit der Maske gepasst kannst du ja noch mal raussuchen es ist für mich so wie diese äh wie dieses Türmchen mit äh mit wo man raufdrückt und dann dann kommt Celebrate und ähnlich mit der Eskalationsstufe es hat für es kommt für mich gleich danach in Sachen Wichtigkeit äh ja aber die also die Apple Brille ist tatsächlich etwas das könnte ich mir durchaus vorstellen ehrlich ja warum ja so zum Arbeiten statt einen kleinen Monitor viele Monitore aber du bist doch dann völlig weggeschossen wenn du das Ding da um dich rum hast aber wenn ich im Büro bin bin ich auch abgeschossen äh dann bin ich ja auch quasi also für mich also von daher also also ich zu Hause würde ich es jetzt auch nicht tragen also irgendwie so beim Fernsehen auf dem Sofa äh nein aber so zum ich war ich bin mir nicht so ganz sicher ob das nicht eventuell eine Revolution wäre statt das Macbook unter den Armen im Café einfach die Brille auf ja also vielleicht die du überlegst noch ja die harmlosere Variante also vielleicht auch für viele die die Ressourcen haben aber noch gar nicht drüber nachgedacht haben was ich sehr gerne mache ist dass ich mich ab und zu einfach an meinen Konferenztisch setze äh auch ich hab überall äh Laptops die alle synchronisiert sind und äh arbeite da dann weiter und äh in meinem Konferenzbereich hab ich auch einen Beamer der dann auch wieder ansteuerbar ist per WLAN äh mit meinen Rechnern und ich kann mir verschiedene Sachen dann nebenbei also entweder wenn ich sowieso nur stumpfe Arbeit mach dann hab ich auf dem Beamer irgendwie Fernsehen oder oder Streaming oder sonst irgendwie laufen das ist sehr angenehm aber ähm das meinte ich jetzt gar nicht sondern ich äh ich kann mir einfach so statt jetzt irgendwie mit mehreren Monitoren oder mit so einer keine Ahnung Metaversum Brille oder sonst irgendwie äh hab ich einfach aber bei dir ist nicht schön hab ich meinen Laptop und schieb mir auch bestimmte andere Fenster dann einfach oben auf den äh auf den Beamer drauf und ich hab dann kann da mal hingucken kann da mal hingucken was ich für mich eine wahnsinnig entspannte weil große und großzügige Arbeit wie gesagt ich bin dann alleine an meinem Konferenztisch hab da richtig Platz mich auszubreiten hab auf dem Beamer so ein paar Fenster hab vorne auf dem Laptop ein paar Fenster und das find ich total geil und viele nehmen den Beamer nur für Konferenzen um irgendwas in groß zu zeigen nee ich nehm das manchmal so als als Erweiterung des Bildschirms ja das ist auch äh wie gesagt die Brille gibt's ja eh nicht in Europa also doch also man hat jetzt Möglichkeiten sie tatsächlich in USA zu kaufen äh da gibt es Möglichkeiten aber ähm du kannst sie halt nicht äh im Apple Store kaufen insofern ähm ist das momentan eh keine Option aber doch sie würde mich tatsächlich ich würde es mir einfach bei 10 anderen Leuten angucken die sie dann haben da gibt es genug in meinem Umfeld die sich die garantiert kaufen und dann mal gucken vielleicht hat das tatsächlich einen Mehrwert denn werden wir uns zukünftig in dem in diesem äh beim Podcast aufnehmen in so einem virtuellen Raum treffen nichtsdestotrotz wir sind irgendwie zu dieser Brille gekommen aufgrund meiner äh Darth Vader Gedächtnismaske die für mich äh zumindest mal wieder so wertvoll war dass ich sie in unsere eigentlich fast vergessene Kategorie äh größte Scheißidee reingebracht habe ich bin mal gespannt ab wann ich im ICE erste Klasse zum ersten Mal diese Maske sehe ich werde vermutlich diesen Menschen ansprechen und mein herzliches Beileid ausdrücken in diesem Sinne wünschen wir glaube ich allen Hörern einen schönen Februar und wir werden uns wieder hören jo mit Sicherheit bis dann jo tschüss das war's für heute am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Main und Markus Liermann von Liermann Medien hat dir dieser Podcast gefallen dann erzähl es bitte weiter und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Unternehmen wir was der Unternehmerschnack für dies und das habt ihr uns eigentlich schon abonniert es gibt keine Ausrede wir sind fast überall zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts außerdem bei Google Podcasts Podcasts.de Overcast FM Radio.de RTL Plus und für die die schon immer anders waren sogar bei dieser da